Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute gemeinsam ein paar Bilderfragen, die du in deiner theoretischen Führerscheinprüfung gestellt bekommen könntest. So, du bekommst zum Beispiel dieses Bild hier in der Prüfung und die Frage ist natürlich, ob und wo du anhalten musst. Du weißt ja ganz klar, dass die Ampel immer über das Verkehrszeichen gestellt wird. Das heißt, die Ampel ist rot. Du musst auf jeden Fall anhalten und das Ganze hier an der sogenannten Haltelinie. Nicht zu verwechseln übrigens mit dieser Frage hier. Da ist die Ampel nämlich grün. Du hast hier auch ein Stoppschild. Das Stoppschild ist zwar diesmal unter der Ampel, das ist aber für die Frage ohne Bedeutung. Also die Ampel ist grün, das heißt, du darfst natürlich in dem Fall die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren. Obwohl das Stoppschild da ist, Ampel geht immer über Verkehrszeichen. Und hier wollen sie dich ein bisschen verwirren. Wie verhältst du dich in der Situation, ob du an der Haltelinie stehen bleibst, an der Sichtlinie oder die Kreuzung ohne anzuhalten zu überqueren. Und das ist natürlich in dem Fall die richtige Antwort. So, wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße. Wir wollen geradeaus weiterfahren. Also wir verlassen die Vorfahrtstraße. Der Radfahrer möchte vor uns links abbiegen. Wir bleiben natürlich in dieser Situation hinter dem Radfahrer. Und da das gelbe Fahrzeug die Vorfahrtstraße verlassen möchte und sich mit uns kreuzt, muss das gelbe Fahrzeug warten. Wir dürfen vor dem gelben fahren. Aber den Radfahrer lassen wir auf jeden Fall erstmal vor uns abbiegen. So, in welcher Reihenfolge der Radfahrer? Der gelbe ich? Nein, der Radfahrer ich der gelbe. Das ist richtig. Wie gesagt, in so einer Situation bleibst du auf jeden Fall hinter dem Radfahrer. Welches Verhalten ist richtig? Gut, diesmal wieder eine abknickende Vorfahrtstraße. Wir verlassen die Vorfahrtstraße. Und derjenige, der auf der Vorfahrtstraße bleibt, der hat Vorfahrt. Achtung, auch wenn er links abbiegt. Er bleibt auf dieser Vorfahrtstraße. Wir kreuzen uns mit ihm. Also sind wir wartepflichtig, obwohl er links abbiegt. Das hat nichts damit zu tun. Also, wie verhalten wir uns? Wir müssen warten. Sie möchten die Autobahn verlassen. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Okay, der rechte Fahrstreifen ist anscheinend gesperrt. Aus diversen Gründen. Vielleicht Bauarbeiten. Die nächste Ausfahrt beginnt in 500 Metern. Das ist noch ein halber Kilometer. Also schon noch ordentlich viel Platz. Ja, natürlich fahren wir auf den linken Fahrstreifen rüber. Das sagt uns ja schon dieses blaue Verkehrszeichen mit weißem Pfeil. Du musst links an diesem Hindernis vorbeifahren. Und komm bitte nicht auf die Idee, da irgendwie rechts auf den Standstreifen rüber zu ziehen oder so. Ich fahre auf dem Seitenstreifen weiter. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. Ich beachte entgegenkommende Fahrzeuge. Ja, also wir fahren auf den linken Fahrstreifen rüber. Entgegenkommen sollte uns hier eigentlich niemand, da der Gegenverkehr auf der anderen Straßenseite fährt. Der weiße Pkw möchte nach links abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig, wenn der Pkw nicht anhält? Ja, ganz klar. Wir kommen hier aus einem sehr, sehr blöden Winkel. Wir haben eine Vorfahrtstraße. Also wir befinden uns auf der Vorfahrtstraße. Wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du sogar zwischen den Blättern in diesem Busch das Vorfahrtgewehren oder das Stoppschild von dem Pkw. Auf jeden Fall irgendein rotes Verkehrszeichen. Aber du musst auf jeden Fall davon ausgehen, dass er dich nicht sehen kann, weil wir uns genau im toten Winkel befinden. Und die Frage ist, wie wir uns jetzt verhalten. Ja, ganz klar. Also wir sind da sehr passiv eingestellt und wir werden die Geschwindigkeit verringern und eventuell auf die Vorfahrt verzichten. Jetzt gut, in der Frage steht ja auch schon, wie wir uns verhalten, wenn der Pkw nicht anhält. Okay, da muss man immer die Frage auch ganz genau durchlesen, was sie da von einem wollen. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Okay, also wir haben eine Rechtskurve in einem Wald. Man sieht nicht viel. Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet. Auf Wildwechsel. Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem Fahrstreifen. Also man sieht nicht viel. Von dem her kann es natürlich sein, gut, wir fahren jetzt 70. Kann schon sein, dass nach der Kurve einer mit 50 daher tuckert. Vielleicht auf einem Roller, einem fährt er 45, wenn es gut läuft. Das Wild auf der Straße ist, ja natürlich, auf jeden Fall, auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet. Also damit ist gemeint, also meistens machen es ja Motorradfahrer, um die Kurve ein bisschen besser zu bekommen, dass sie so einen Teil von deinem Fahrstreifen mit einnehmen, also so die Kurve halt schneiden. Damit ist natürlich auf jeden Fall auch zu rechnen. Also hier werden wir alle Möglichkeiten ankreuzen. Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen sie sich einstellen? Ja, du musst dich auf jeden Fall darauf einstellen, dass der LKW vor dir stehen bleiben wird. Denn da ist ja eine Person, die über die Straße gehen möchte und da der LKW-Fahrer beim Abbiegen Vorrang gewähren muss, also den Fußgänger, der geradeaus geht, über die Straße gehen lassen muss und vielleicht auf der anderen Seite auch noch ein Radfahrer oder Fußgänger kommt, das sieht man ja nicht, muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass der LKW stehen bleibt und der Radfahrer hinter dem LKW vielleicht sogar auf die Schienen dann rüberziehen wird. Der LKW wird anhalten. Nach dem Abbiegen des LKWs könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen. Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. Ja, das ist auch so eine Sache. Also es kann ja sein, dass der Fußgänger zum Beispiel sagt, ja komm LKW-Fahrer, ich lasse dich zuerst fahren, aber du darfst dann nicht davon ausgehen, dass er dich natürlich auch durchwinkt, sondern vielleicht möchte er dann eher über die Straße gehen. Er darf ja auch zuerst. Wie müssen sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Straße ein Stau bildet? Gut, also es geht um die Rettungsgasse. Die Rettungsgasse wird ja immer zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen gebildet, beziehungsweise hier haben wir nur zwei Fahrstreifen, also halt in der Mitte. Das heißt, ich fahre möglichst weit links und die, die rechts fahren, die fahren halt möglichst weit rechts. Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig? Ja gut, also wir haben vor uns jemanden, der links abbiegen möchte, als linkser Bieger, wissen wir ja, muss er den Gegenverkehr durchfahren lassen. Das heißt, das Ganze könnte etwas dauern. Da kommen drei Fahrzeuge plus eventuell ein Fußgänger. Und ja, entweder warten wir so lange hinter dem, bis er alle durchgelassen hat und dann abgebogen ist, mit der Gefahr, dass unsere Ampel währenddessen auf Rot umspringt. Ja, da musst du extrem aufpassen, gerade in der praktischen Prüfung. Wenn du aufgeregt bist, dann lässt du dich von sowas sehr gerne ablenken und dann stehst du da in der Haltelinie, wartest, bis kein Gegenverkehr mehr kommt, bis der Vordermann weg ist und währenddessen ist deine Ampel schon auf Rot. Also da musst du auf jeden Fall, bevor du über die Haltelinie drüber fährst, nochmal gucken, welche Farbe zeigt meine Ampel. Ja, eine Antwortmöglichkeit wird hier heißen, dass wir warten, wenn rechts frei ist und dann vorsichtig auf den rechten Fahrstreifen rüberfahren. Das können wir zum Beispiel tun. Da musst du natürlich aufpassen mit dem Grünen da hinter uns, wie schnell der ist. Das muss man etwas einschätzen können. Aber ja, schauen wir mal die Antwortmöglichkeiten an. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts. Bei einer ausreichenden Verkehrslücke, das ist schon mal gut formuliert, das machen wir. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen. Das ist auch richtig, zunächst sowieso, weil ja auch rechts neben uns ein weiteres Fahrzeug fährt. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen. Ja gut, also das machst du nicht. Das würde bedeuten, dass du hier nochmal kräftig Gas gibst und zwischen den Fahrzeugen hier durchheizst. Also das lassen wir mal lieber. Wer muss blinken? Ja, alle die abbiegen wollen. Also der blaue LKW und wir natürlich. Der rote fährt ja geradeaus weiter, das heißt der rote muss nicht blinken. Hier ist nicht mal die Rede von der Vorfahrt. Dementsprechend gibt die Frage auch nur drei Fehlerpunkte statt fünf. Wäre das eine Vorfahrtsfrage, dann würde sie auf jeden Fall fünf geben. Welches Verhalten ist richtig? Das ist eine Vorfahrtsfrage, die gibt fünf Fehlerpunkte und ja, wir haben ein Vorfahrt gewähren. Der Grüne ist demnach auf der Vorfahrtsstraße. Auch wenn er wieder links abbiegt, er bleibt auf der Vorfahrtsstraße, er folgt der Vorfahrtsstraße. Dementsprechend, wir haben das Vorfahrt gewähren. Wir müssen warten. Welches Verhalten ist richtig? So, in dem Fall haben wir eine Einzelvorfahrt, das sagt uns dieses Verkehrszeichen mit dieser schwarzen Rakete drauf. Und wenn wir die Einzelvorfahrt haben, dann hat der Querverkehr natürlich ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. In dem Fall, das sieht man auch schon an der Form, dreieckig mit einer Spitze nach unten bei dem Bus, Vorfahrt gewähren. Und wenn du eine Einzelvorfahrt hast, dann hat der im Gegenverkehr natürlich auch eine Einzelvorfahrt. Es ist immer der Längs- oder der Querverkehr. Die haben immer die gleichen Verkehrszeichen, also Vorfahrt gebend oder Vorfahrt nehmend. So, das heißt, der Motorradfahrer hat Vorfahrt und du hast Vorfahrt. Du biegst aber ab und du kreuzt dich mit dem Motorradfahrer. Das heißt, wir müssen warten. Der Motorradfahrer darf als erstes fahren. Danach fahren wir und als letztes fährt der Bus, weil Vorfahrt gewähren. Ich fahre vor dem Bus. Ja, ich muss den Bus durchfahren lassen. Nein, ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Das ist richtig. Was gilt in dieser Situation? Ja, wir wollen geradeaus fahren. Der Motorradfahrer biegt links ab. Aber Achtung, wir sind beide auf der Vorfahrtstraße. Wir verlassen die Vorfahrtstraße. Wir kreuzen uns also mit dem Motorradfahrer, der ja auf der abknickenden Vorfahrtstraße bleibt. Das heißt, wir müssen warten. Der Motorradfahrer darf zuerst fahren, obwohl er links abbiegt. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen. Ja, ich muss links blinken. Bitte nicht. Du fährst geradeaus. Das Motorrad muss warten. Nein, das ist auch falsch. Was ist hier zu beachten? Es geht um den Seitenstreifen. Rechts hier. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren. Ja, Mofas zum Beispiel. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden. Ist auch logisch, oder? Wenn du schon rechts so einen Streifen hast, dann bitte nicht links, also nicht auf der Fahrbahn parken oder halten. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden. Also die Fahrbahnbegrenzung ist das hier. Okay. Und natürlich muss sie zum Halten überfahren werden oder zum, wenn du mit deinem Mofa da drüber willst. Also hier steht ja in der Antwort, darf in keinem Fall überfahren werden. Und das ist natürlich nicht richtig. Wie verhalten sie sich jetzt richtig? Ja, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken und siehst du die Hosennaht, wie in diesem Fall, dann hast du freie Fahrt. Die Ampel ist rot, du hast ein Vorfahrtgewehren, interessiert uns absolut nicht. Der Polizist steht über dem Verkehrszeichen und über der Ampel. Das heißt, wir dürfen in der Situation fahren und der Blaue muss warten. Also ich überquere die Kreuzung vorsichtig. Vorsichtig ist immer gut. Ich lasse das blaue Fahrzeug zuerst fahren. Nein, ich warte vor der Kreuzung auf weitere Anweisungen des Polizeibeamten. Das ist auch Quatsch. Wenn, dann müsste er seine Hand so nach oben halten und dann würde die letzte Antwort richtig sein. Das tut er aber nicht. Dementsprechend überqueren wir die Kreuzung. Der Vorausfahrende hindert sie seit längerem am Überholen. Wie verhalten sie sich richtig? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir fahren 90, die LKWs fahren ungefähr 80. Der Vordermann wird auch so um die 90 fahren. Das heißt, es zieht sich ewig, was er da macht. Also das Überholen ist ja auch verboten bei nicht ausreichender Geschwindigkeitsdifferenz. Das heißt, was er da macht, ist es vielleicht nicht ganz so geil. Na gut, wie verhalten wir uns? Ich warte, bis ich überholen kann. Klingt doch gut. Ich hupe und blende mehrmals lange auf. Ich fahre dichter auf. Gut, das wäre jetzt ziemlich aggressiv alles. Das machen wir nicht. Also wir bleiben natürlich cool. Warten so lange, bis sich eine Möglichkeit gibt zum Überholen und dann gebe ihm. Also wir haben ein Gefahrenzeichen. Achtung, Linkskurve. Und da vorne sieht man halt nicht viel, weil da auch so eine Kuppe ist. Und dementsprechend müssen wir mit allem Möglichen rechnen. Mit einer gefährlichen Linkskurve. Mit Querverkehr vor der Kuppe. Vor der Kuppe. Mit einem Hindernis hinter der Kurve. Ja, hinter der Kurve auf jeden Fall. Mit einer gefährlichen Linkskurve, ja. Mit Querverkehr vor der Kuppe. Das würde ja bedeuten, bevor wir am höchsten Punkt sind, dass da noch eine Straße quert. Nein, das würde man sehen. Das kreuzen wir nicht an. Also wenn, dann hinter der Kuppe, weil man da nicht sehen kann, aber vor der Kuppe nicht. Womit sollten Sie rechnen? Hier rechts haben wir wieder ein Gefahrenzeichen. Achtung, hier ist auf jeden Fall mit Spielen in Kindern zu rechnen. Diese Verkehrszeichen können aufgebaut sein an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen. Überall, wo sich halt Kinder tümmeln. Was nicht heißen soll, dass da nur Kinder über die Straße rennen. Ja, wenn da zum Beispiel die Eltern ihre Kinder zur Schule bringen oder sowas. Und die sind im Gedanken schon in der Arbeit. Dann rennen die da auch rüber. Zudem befinden wir uns in einer Einbahnstraße, wie wir sehen. Stehen alle Autos in Fahrtrichtung. Ich glaube, das hat nichts mit der Frage zu tun. Aber das sehen wir natürlich mit unserem gekonnten Auge sofort. Und jetzt schauen wir uns mal die möglichen Antworten an. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann. Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können. Ja, also wie gesagt, Kinder, Erwachsene und dementsprechend auch starkes Bremsen eventuell. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen? Also wieder eine Kuppe. Ja, dass Fahrzeuge liegen geblieben sind. Tiere auf der Straße, Querverkehr. Was wir ja schon alles hatten. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mit benutzt. Ja, also wieder schneidet sozusagen. Da wird es auf jeden Fall zu rechnen. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. Mofa mit 25, du kommst da mit 60 angeprescht. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ah, wieder so eine Kinderfrage. Links ein Kind, rechts drei Kinder, Radfahrer. Und die Fahrbahn verengt sich. Ja, da vorne stehen geparkte Fahrzeuge. Der Radfahrer wird höchstwahrscheinlich in die Fahrbahnmitte fahren. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Also wir werden in der Situation natürlich hinter dem Radfahrer bleiben. Und schauen, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ich überhole den Radfahrer. Ich bleibe bremsbereit. Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. Also ich sage es dir, Schrittgeschwindigkeit und Bremsbereit ist immer richtig. Und zwar denkst du dir hier natürlich, ja gut, der Radfahrer ist ja noch relativ weit weg von dem Hindernis. Dann gibst du einmal kurz Gas und bist schon an dem Radfahrer vorbei. Aber es geht darum, dass da Kinder auf der Straße sind. Und die rennen natürlich blind über die Straße. Und damit musst du rechnen. Und wenn du da gerade im Durchbeschleunigen bist, dann fliegt das Kind gleich nochmal doppelt so weit. Wie verhalten sie sich hier richtig? Ein Fußgängerüberweg, der ist zwar zugeschneit, aber du kannst ihn ja sehr gut erkennen durch diese Verkehrszeichen. Dementsprechend hier haben wir ja auch eine Fußgängerin, die hier eindeutig über die Straße gehen möchte. Ich ermögliche der Fußgängerin auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn. Auf jeden Fall. Ich bremse vorsichtig. Ja, vorsichtig ist auch gut, weil bremst du zu stark, dann kommt das Auto eventuell ins Rutschen. Ich fahre vorsichtig weiter, da keine Markierung auf der Fahrbahn zu erkennen ist. Ja gut, Blödsinn. Also Augen zu und durch ist da natürlich die falsche Methode. Wie müssen sie sich verhalten? Gut, wir haben ja einen Ball auf der Fahrbahn. Dementsprechend ist natürlich damit zu rechnen, dass auch gleich die Kinder hinterher gerannt kommen. Mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren. Bremsbereit bleiben. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Also wie gesagt, diese beiden Antworten sind immer richtig. Bremsbereit bleiben. Schrittgeschwindigkeit. Top. Welches Verhalten ist richtig? So, das ist keine abknickende Vorfahrtstraße. Die macht zwar so einen leichten Knick, aber in dem Fall ist das geradeaus. Jeder biegt ab. Ja, also wir biegen links ab. Der Motorradfahrer biegt rechts ab. Der Gelbe biegt links ab. Das ist ja, weiß man gar nicht mehr, auf was man schauen soll. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir sind auf der Vorfahrtstraße und der Gegenüber. Ja, das ist ja die Vorfahrtstraße. Das heißt Motorrad und wir haben Vorfahrt. Jetzt biegen wir allerdings beide ab. Und du weißt, als Linksabbieger bist du auf jeden Fall wartepflichtig. Das heißt, der Motorradfahrer, der rechts abbiegt, darf zuerst fahren. Danach dürfen wir fahren. Das gelbe Fahrzeug interessiert uns ja absolut nicht, weil wir befinden uns auf der Vorfahrtstraße. Deswegen ist uns der Gelbe eigentlich egal. So, ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. Das ist richtig. Ich darf als erster abbiegen. Nein, ich darf vor dem gelben Pkw abbiegen. Das ist auch richtig. Welches Verhalten ist richtig? Also diese Frage ist ja super, super bekannt bei euch. Ihr liebt diese Frage. Ich weiß schon. Im Prinzip ist es halt einfach nur rechts vor links. Und wenn du dir mal das Bild genau anschaust, dann, naja gut. Also viele lassen sich halt durch dieses Linksabbiegen vom Motorradfahrer da irgendwie. Und ich weiß es nicht. Also lassen wir uns mal die Antworten vorlesen. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen. Ich fahre als erster. Ich lasse den blauen Pkw abbiegen. Also die Sache ist ja so. Der blaue Pkw hat Vorfahrt vor uns. Der Motorradfahrer hat Vorfahrt vor dem blauen. Und wenn du dir die beiden mal anschaust, die werden sich ja nicht kreuzen. Also in der Praxis wird sich da eigentlich kein Problem ergeben, da der blaue einfach so abbiegen kann. Obwohl das Motorrad ja Vorfahrt vor dem blauen hat, im Prinzip. Ist ja genügend Platz für den blauen da, dass der einfach abbiegen kann. Und in der Praxis wird es so ausschauen, dass das Motorrad in die Mitte der Kreuzung fährt. Der blaue ist da schon längst weg. Und dann sind nur noch das Motorrad und wir da. Und da wir geradeaus fahren und der Motorradfahrer abbiegen möchte, muss der Motorradfahrer warten. Aber ich lasse den blauen Pkw abbiegen. Also wir lassen auf jeden Fall den blauen abbiegen. Ich fahre als erster. Wir werden auf keinen Fall als erster fahren, da der blaue ja Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen. Vorfahrt hat. Und das Motorrad werden wir Naja, also Ich kann es schon verstehen, ja. Du siehst die Situation. Also ich weiß, dass die Frage für viele sehr, sehr schwer ist. Aber du siehst jetzt die Situation und denkst dir so, ja gut, vielleicht möchtest du irgendwie die Situation geregelt bekommen oder sowas. Schickst den Motorradfahrer vor oder so. Ich weiß nicht. Schreibt sie mal runter in die Kommentare, warum diese Frage anscheinend besonders schwer ist. Also wie ihr da denkt, warum diese Frage immer so oft falsch beantwortet wird. Ich weiß es nicht. Fünf Fehler kommt. Hab sie sogar markiert gehabt. Wie verhalten Sie sich richtig? Also Einzelvorfahrt, das heißt wir dürfen fahren. Der Querverkehr ist uns wurscht. Ich fahre nach dem blauen. Nein, ich fahre nach. Nein, ich fahre vor den beiden Pkws. Welches Verhalten ist richtig? Rechts vor links Motorradfahrer zuerst. Danach dürfen wir. In dem Fall, ich muss warten. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Okay, gute Frage. Warnblinklicht an. Gute Frage, aber in der Frage steckt ja auch schon die Antwort drinnen. Also alles, was du eigentlich brauchst, steckt in dieser Frage drinnen. Da ist ein Schulbus zu erkennen an der Tafel mit den zwei Kindern mit Warnblinklicht an einer Haltestelle und das heißt auf jeden Fall, dass wir und Fahrzeuge in entgegengekommener Richtung beide nur mit Schrittgeschwindigkeit an diesem Fahrzeug vorbeifahren dürfen. Denn hier ist vermehrt mit Kindern zu rechnen, die über die Straße rennen und um den Anhalteweg einfach möglichst kurz zu halten, nur mit Schrittgeschwindigkeit. So, abknickende Vorfahrtstraße. Wir folgen der Vorfahrtstraße. Dementsprechend haben wir Vorfahrt. Der Blaue, der ja ein Vorfahrt gewähren hat, juckt uns überhaupt nicht. Das heißt, wir dürfen durchfahren. Der Blaue muss warten. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Ja, wir haben eine enge Straße. Der Radfahrer wird natürlich hier in die Mitte rüberziehen. Oh, mit Gegenverkehr. Ich liebe ja diese Antwort mit dem Gegenverkehr. Mit Gegenverkehr. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen. Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren. Ja, wahrscheinlich wird er absteigen, oder? Also, ich denke, er wird einfach rüberziehen, ja. Aber ich würde ja auch mit Gegenverkehr rechnen, weil man sieht nicht so 100% viel. Ich glaube sogar, dass das rote Fahrzeug da am Ende der Straße entgegenkommt. Und wir sehen von links eine Einmündung oder sogar eine Kreuzung. Vielleicht ist von rechts auch noch eine Straße. Und da kann es natürlich sein, dass der, zack, einer kommt und wir auf einmal Gegenverkehr haben. Ja, das würde ich auf jeden Fall so ankreuzen. Vier Fehlerpunkte. Richtig. Okay. Ja, das waren 30 Fragen für heute. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich dir empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Es gibt jede Woche mehrere Videos zum Thema Führerschein. Nächste Woche auch, wenn du den Motorradführerschein machst, oder wenn du Freunde hast, die den Motorradführerschein machen wollen, auf diesem Kanal Theorie-Videos zum Thema Motorrad. Vielleicht auch demnächst praktische Videos, aber erstmal Theorie. Und ja, ansonsten kannst du jetzt hier rechts auf das nächste Video gucken, beziehungsweise, ja, schau dir doch das Video an, welches dir hier vorgeschlagen wird. Das würde dich bestimmt interessieren. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.